Mit dem Motto Great Cameras deserve the best lenses bringt Sony heute das 85mm 1,4 GM römisch 2 auf dem Markt. Mit einem sehr schnellen und zwar dreimal so schnellen und dazu auch noch leisen Autofokus-Motor, der auch kompatible ist mit dem 120-Bilder-Burst-Modus der A9 III, ist es wohl das schnellste Portrait-Objektiv für E-Mount. Es ist ca. 20% leichter als sein Vorgänger und 13% kleiner vom Volumen. Mit der Hilfe von Nano AR Coating der Serie 2 sollen Reflexionen noch effektiver verhindert werden. Das Bokeh hat bei starken Lichtpunkten keine harten Kanten und verläuft wunderschön weich ab. Im manuellen Fokus wurde die lineare Fokussierung verbessert, um mehr Präzision beim Fokussieren zu bekommen. Fokus-Breathing Compensation kann zudem auch genutzt werden. Im Ganzen ist das neue 85mm GM2 eine enorme Verbesserung. Bald könnt ihr es bei uns bei Fotodinkel testen und bestellen. Fokus-Breathing Compensation Fokus-Breathing Compensation Fokus mal beim Fokus-Breathingilen Fokus-Breathing national Gefühelier und der estimation auf mehr exhaustive Weise an pertama beim IDKsFG Fokus diese machen knapp. Fokus-Breathing